Zuerst habe ich sehr Freude über die klare Zustimmung der Berne-Enno-Berner zu diesem Rahmenkredit. Mit diesen 60 Millionen kann die Gemeinheit künftig rasch reagieren und Liegenschaften kaufen. Und ich fordere natürlich alle auf, wenn sie etwas verkaufen wollen, zuerst einmal bei der Stadt anzuklopfen. Das Ergebnis zeigt auch, dass die teuren Mietinnen, die Schwierigkeit eine Wohnung zu finden, den Leuten unter den Nägeln bränt. Wir können selbstverständlich mit 60 Millionen im Immobilienmarkt nicht völlig neu aufmischen. Wir werden weiterhin mit unseren wichtigsten Partnern, vor allem die Wohnbaugenossenschaften, zusammenarbeiten, damit wir in dieser Stadt nach wie vor bezahlbare Wohnraum haben.